Hallo liebe Football-Fans, heute zeigen wir euch, wie ihr euer Rookie Goat Silikonarmband ganz einfach selbst kürzen könnt. Alles was ihr dazu braucht, ist eine Schere. Los geht's. Zuerst legst du das Armband um dein Handgelenk. Achte darauf, dass es geschlossen ist und so sitzt, wie du es später tragen möchtest. Markiere nun die Stelle, an der das Armband zu lang ist. Wenn du auf die Rückseite des Armbands schaust, siehst du verschiedene Segmente. Diese helfen dir, den perfekten Schnittpunkt zu finden. Zu der Stelle, die du markiert hast, zählst du jetzt drei Segmente hinzu. Das ist der Punkt, an dem wir gleich schneiden werden. Nimm die Schere und schneide das Armband genau an der markierten Rille entlang ab. Achte darauf, dass du sauber und gerade schneidest. Jetzt nimmst du den Verschluss und öffnest eine der Klammern mit der Schere. Füge das gekürzte Ende des Armbands in den Verschluss ein, sodass die Zacken der Halterung in der nächsten Rille einrasten. Drücke die Klammer wieder zu, bis du ein Klicken hörst. Das zeigt dir, dass alles fest sitzt. Jetzt ist es Zeit, das Armband anzuprobieren. Falls es immer noch zu lang ist, schneide es Segment für Segment weiter ab und überprüfe nach jedem Schnitt, ob es passt. Denkt daran, lieber in kleinen Schritten zu kürzen, um zu vermeiden, dass das Armband zu kurz wird. Achte auch darauf, dass alle Kanten glatt und gleichmäßig sind, damit es angenehm zu tragen ist. Und das war's auch schon. Mit diesen einfachen Schritten könnt ihr euer Silikonarmband perfekt an euer Handgelenk anpassen. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.